Kreativität und eine fremde Sprache lernen. Wie kann man seine eigenen kreativen Kräfte benutzen und dazu die Deutschkenntnisse verbessern? Wir sprechen heute zum Thema mit Yolanda Piniel. Hallo Yolanda. Hallo Maya. Herzlich willkommen beim Lucify.ch. Der Kurs heisst Ich erzähle meine Geschichte. Was ist so besonders an diesem Zutritt zum Thema Ich erzähle meine Geschichte im Zusammenhang mit deinem Angebot für einen Deutschkurs? Ja, also das Spezielle ist, dass wir kein Lehrbuch haben, sondern wir haben unsere Geschichten. Jeder und jede hat eine einmalige Geschichte. Und es geht in diesem Kurs darum, um die eigene Geschichte erzählen zu können. Und wir erzählen die Geschichte in der neuen Sprache, also auf Deutsch. Und indem wir uns darüber austauschen und darüber schreiben und auch schauen, wie können wir diese Geschichten erzählen, gibt das durch die Sprache auch ein Stück neue Heimat. Der Kurs findet 13 Mal statt. Und beim 13. Mal gibt es eine kleine Werkschau. Das heisst, wir zeigen, was wir gemacht haben mit einer Lesung. Und die Kurspreise sind für Leute, die in der Stadt Zürich wohnen, knapp 200 Franken. Und wer aber wenig verdient und eine Kulturlegie hat, der oder die bekommt dann das Geld auch wieder zurück. Der Kurs findet jetzt zum ersten Mal statt und er ist beschränkt. Es können zwischen sechs und acht Personen daran teilnehmen. Es beginnt am 7. April und die Leute sollen sich beeilen, da anzumelden. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Möglichkeit, die du da anbieten kannst für Leute mit Migrationshintergrund. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Danke.